Dieser Ford S Max steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem schwarzen 5 Thüringen Bind Platz. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und vieles mehr. Das Automatikgetrieben des Diesel überträgt eine Leistung von 163 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 29.439 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.